Hast du Lust mit zu kommen neue HC-ID? Was? Öh, klar, wenn denn mein Level 1 Bangcha geht. Äh, klar, äh, hast du mit dem XP? Und wie viel DPS macht der? Macht der, äh, Kappa? So. So, hm, komisch, warum siehst du mich nicht? Hast du mich? Ich hab nicht auf ignore. Wieso soll ich dich auf ignore haben hier? Äh, äh, add mich mal in Battle.net. Add mich mal in Battle.net, Ausrufezeichen GagsTV und add mich mal und dann siehst du das. Äh, ne, add mich, Ausrufezeichen Bnet, nicht GagsTV. Gott, das glaube ich. Ausrufezeichen Bnet, äh, ht, dann siehst du mich direkt. Hm. Hm, ich fülle... No. Infa bei deinem First Grim brautet, weil damit, ihr wisst schon, dass er mich damit kriegt, ich weine. Okay. Okay, mag ich, mag ich. Passt ja. Ist ja gut, ja, schon vieler, wir können ja noch laden hier. Äh, na, so locker, so zwei DPS locker. Mehr als genug. Mehr als genug. Mehr als genug. Also. Auf geht's. So. Zwei DPS mehr als du sonst nutzt. Hahahaha. Äh, naja, das Wied an der Motel und Holland ist nicht der beste, bin dann wieder weg, musst du raus, bin jetzt zum Arbeiten. Ja, ah, okay, wow, okay, dann alles klar, danke für das Vorbeischung. Nächstes, dann, äh, schlaf schön, Holland, du siehst ja und lass dich nicht ärgern bei der Arbeit, bis später. Äh, äh, nö. Tito? So. Also immer diese komischen Leute, mit denen man chatten muss, wisst ihr. Hm, das würde gehen, wenn der DPS stimmt, oder? Wenn der frei stimmt hier. Hm, genau. Influsshunter sind so nicht. Influsshunter sind immer gut, aber vom Frost wohl, ich weiß sie nicht. Frost wohl vor B mittlerweile. Ja, 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 ja. Schauen wir mal, wir haben jetzt schon hier, nehmen wir noch zwei mit, äh, Sekunde. Ding, äh, zwei können wir noch mitnehmen, Kakashi, ne, ist, oder, wie viel Hunter haben wir überhaupt hier, Hunter, wo steht ein Hunter, Hunter, einen Hunter im Raid? auch der Weg gut ich meine verdammt ist schlecht die Plexander das ist meine Gilde Nexon A der Pauline okay habe ich habe ich es kann sein Kachi da sie dass du dann das unbekannt angezeigt oder so dass ich da nicht sehe deswegen vielleicht ist ja dieser Fehler schätze ich mal noch Post meine Dinge wählen Gilde posten Lerven und Kassanik zusammen okay ähm oh Meinstorm 3 ja New ID jo vielleicht bist du der Unbekannte hier ich weiß nicht also für einen hätten wir noch Platz hier so ein Platz noch Lady auf geht's stell dich mal nicht so an wenn ich jetzt Uschi schreibe ist es fies oder was meint ihr aber ständig so an mach mal ein smiley hin das weiß ja nicht dass ich jetzt Uschi gedacht habe außer sie hört jetzt zu verdammt äh aber das muss ja nicht sein hey Akbar Servus Christi schön dass du da bist hoffe dir geht es gut mein Freund zuhören in einem komischen Stream glaube ich nicht äh natürlich nicht wer sollte das denn schon Johnny Moment wo bist du denn hier da bist du Detectors ok klingt gut du bist dabei so jetzt keine Ahnung hier komische Stream egal einfach mal Lindia in Weipen passiert schau mal ob das eine Upload gibt im Koop bin ich ja gewohnt mal gucken aber mal testen mal schauen was passiert mal gucken hier eingeladen voller Spam im Trade sieht man gar nicht was passiert diese ganzen Whisperfans upstream ja ist schon ist schon krass hier lässt du mir noch warten hier hey Lara grüß dich schön dass du da bist wie geht es dir denn yeah also habt ihr geklappt auswürdig angenommen mit wieviel leuten will ich gehen ich wollte eigentlich mit 20 20 rum 21 passt auch 22 wunderbar läuft nicht so 20 rum 20 plus minus so als da ist schon einer rausschau siehst du da ist schon einer weniger also ja da ist schon einer weniger dann könnten wir genau dein genau dein Schami kann ja auch viel weiß nicht welche ich glaube das bist du Katschi unbekannt äh Schraddreck glaube ich kann auch auf viel gehen falls wir noch wieder brauchen wir haben jetzt zwar wir haben jetzt zwar vier aber wir können einigen boss nach fünf geben mal schauen hier erstmal ich glaube das ist TS genau TS Postel TS Postel ich möchte mal ein paar schon mal rein schieben ich komme dann gleich so so Gruppe ist voll auf gehts jungs 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 slash mittels so wo wo w wo 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hab gehört, wenn du im Interface bei Addons unter Recount bei Sync den Haken weg machst, dann geht das wohl weg mit dem Unbekannt. Achso, ich hab Recount komplett jetzt erstmal rausgehauen. So Skada, macht mir Spaß. So Skada, ja. Kann dir auch 20 Fans aufmachen, um dir das Video zu ärgern. Also mit dem, wie es mir geht, also geht so. Aber die anderen sehen mich dann, oder? Wenn du mich Unbekannt siehst, keine Ahnung. Du kriegst dann nur keinen Loot, aber du hast eh ID, bist du in den ersten Sekt. Ja, ja. Von daher. Hey Charlie, schön, dass du da bist. Ja, ich noch, das war schon mal. Hi. Hey ho. Oh, eine Frau. Das ist immer schön zu hören. Äh, findet ihr? Das hab ich jeden Tag, ne Menge. Also, linke Hand 5, rechte Hand 5, klar, logisch. Ja, die haben auch nicht so schöne Stimmen, oder? Da könntest du recht haben, aber ich erlaube mir kein Urteil, nur nach Hallo. Weißt? So ein Arsch bin ich nicht, denn auch so was geht hier. Nicht das Einbandesbuch, sondern das Buch selbst bewertet werden. Ich muss erstmal das Buch lesen. Dann gehen wir mal lesen. Du kannst lesen? Nein. Ich spiele WoW. Ja. Kann ich nicht. Ich hab eigentlich alles vorbereitet. Jo. Ist schon. Ist schon. Dann machen wir einen schön gemütlichen Midnight Stream. Mit Raid zusammen, wie immer. Dann passt das. Ja, Gex, ich hab dich nämlich letzte Woche vermisst. Ja, Tell me. Ja. Merci für dein Follower. Hab Spaß. Gnies die Schauern. Lieber Gruß das München schick ich dir direkt nach Hause. Ja. Ist halt echt scheiße gewesen hier. Wieder arbeiten angefangen nach 1,5 Jahren. Dann Tabletten nehmen dann Schmerzen und also. War nicht so toll das Ganze. Bin jetzt auch nicht wirklich schmerzfrei, aber das geht schon. Ja. Gehen wir mal. Gehen wir mal eine. Haben wir eigentlich einen Hexer? Ich hab einen Hexer vorhin. Ich weiß nicht, ob er es mir angenommen hat. Ja, haben wir Devil. Genau. Ok. Wunderbar. Fast. Mal. Schauen wir mal. Ich werd schon mal die Gruppe 2 hier wursteln. Gruppe 2 ist eigentlich immer vorgesehen, um hoch zu gehen, aber ich hab da erst noch die ganzen Highlights, glaub ich, drin. Ne, doch nicht. Moment. Hey, Schnappstrossel. Wow, geiler Name. Mehr hast du dir für dein Follower? Hab Spaß. Hey, ich war mal nicht in Gruppe 2. Geniech die Show und liebe Grüße aus München schicke ich dir direkt nach Hause. Ja gut, die ist ja noch gar nicht erstellt. Also ich hab jetzt nur so geimpft. Noch nicht. Scheiße. Noch nicht erstellt. Immer erstmal alle wegschieben. Steering geht hoch. Ich kenn mich gar nicht oben aus. Bin über Null und so. Ich bin das erste Mal. Zumindest das erste Mal. Zumindest heute. Nach 0 Uhr. Hab ich noch nicht getankt. Krieger ist immer gut. Alter, das ist ganz schlecht. China, du magst hoch. Du kennst es ja. Nein, ich kenn das nicht. Ich bin selbst mal da oben. Das ist auch gut eigentlich. Da ist noch jemand unbekannt. Unbekanntes bist du Katschi, gell? Du siehst, du bist ein unbekanter Krieger bist du. Aber du bist ein Edeschan. Komischer Chaos hier. Okay. Pack mich noch. Pack mich mal noch hoch. Okay. Komisch, ne? Einer der freiwillig hoch will. Es kommt selten nicht aus. Nein. Ist Gruppe 3 hoch? Ne, ne. Gruppe 2. Gruppe 2. Gruppe 2. Passt, okay. Boah, warum ist es mir so kalt, Alter? Weil die Reizung aus ist. Jax. Jax, warum schickst du mich immer hoch? Ich bin doch totaler Noob. Ich bin das mal in dem Reiz. Deswegen, weil du da richtig bist, musst du üben und lernen. Du bist weg von mir, soweit wie möglich. Weil ich dich nicht sehen will. Und riechen. Reden und riechen. Perfekt hier. Ist eigentlich schon wieder drin. Schalt direkt, das passt. Weil bei Boston würde dann 5 hier brauchen. Schalt mal auf 5 und so weiter. Eine ganze Menge sind schon drin. Genau. Kannst du ein Level oder Devil, ein Portstein hier stellen hier drin? Dann portt man die restlichen Leute hier hoch direkt. Damit die nicht unten den Typen ansprechen. Ja, das ist halt schwierig. Und will ja nicht zu viel erwarten. Will ja nicht zu viel erwarten. Allein den Eingang zu finden, ist ja schon schwer. Zu SOO-Zeiten war das auch der Knall, als die Leute nicht wussten, wo der Eingang ist. Weil die immer herangeportet wurden. Ist ja auch schwierig. Das ist richtig. Ja. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig.